Wir kommen nämlich jetzt zu den Houston Texans, die letztes Jahr die Division gewonnen haben und als absoluter Favorit in dieser Division gelten. Die haben etwas später gepickt, weil sie ja auch mit den Vikings getradet haben und haben sich dann mit ihrem Second-Round-Pick erstmal Cornerback Camaro Lasseter geholt. Gefällt mir richtig gut. Also ich mochte ihn ja von Anfang an, ich mochte seinen Playstil, ich fand, der war sehr physical. Ich finde, der hat, auch wenn seine 40 nicht so gut aussah, war das für mich so ein Corner, wo ich das Gefühl hatte, hey, da könnte so ein richtiger Man-to-Man-Physical-Corner in der NFL mal werden, wenn er im richtigen System ist. Und ich finde, es gibt dann kein besseres System als bei den Texans, wo du einfach quer durch die Bank weg in der Top-Defense spielst, wo du nicht der Nummer-Eins-Corner sein musst, sondern wo du auch deine Stärken ausspielen darfst. Und dann fällt für mich dieser Corner zum perfekten Team und ich glaube, deswegen hat dieses Team dann auch nachher den Trigger gezogen und sich für ihn entschieden, weil sie einfach gemerkt haben, okay, geil, hier ist ein Spieler zu uns gefallen, der zu uns passt, den wollen wir haben. Und in der Offense haben wir ja sowieso so viel gemacht in der Offseason, da müssen wir jetzt auf der defensiven Seite was machen. Texans. Ja, zwei Sachen, die wir nicht vergessen dürften. Sie sind aus der ersten Runde rausgetradet und haben einen Siebt-Runden-Pick für Joe Mixon bezahlt. Und ein Sext-Runden-Pick davon ist Teil des Stefan-Dicks-Trades gewesen, weswegen halt dann hier dann vielleicht nicht so die Mega-Ausbeute, so zumindest auf Papier ist. Du hast Lester das schon angesprochen, mag ich sehr, sehr gerne den Pick. Und was ich auch cool fand, du hast Kate Stover aus Ohio State mitgebracht. Das war ja CJ Stroud zusammengespielt, haben die zwei in Ohio State. Gute Connection gehabt. Ist dann vielleicht so ein bisschen der Ersatz für, warum ich mir den Namen jetzt nicht einleiten, Dalton Schulz, danke, wo sie dann vielleicht auch mal mit zwei Teilhands auf den Platz gehen können oder halt mal ein bisschen variabler sein können in dem, was sie tun. Also das finde ich ganz cool. Ich finde, die Texans haben das für das, was sie gemacht haben, sehr gut gedraftet. Und dann halt hier die paar Picks, halt dann noch, die sie hatten, dann in echt gute Impact-Spieler umgemünzt, in Mixen und Dicks. Wir sagen, wir haben noch neun Picks, glaube ich, gehabt. Und zwar nicht mehr diese High-Value-Dinger, haben auch viel gehandelt am Tag selbst, also waren da auch aktiv. Für Kate Stover zum Beispiel sogar aktiv, nochmal kurz hochgegangen um sechs Punkte. Du meinst Ersatz für Dalton Schulz, wenn er verletzt ist, ne? Ja, ja, die haben ihn ja verlängert. Genau, das wollte ich gerade nochmal klarstellen. Entweder, um ihm mal ein bisschen Rest zu geben oder halt um 12 rauszugehen. Ich dachte, dieses Roster, also wenn du so auf die Starting Eleven guckst, so von den Texans, sehen wir jetzt auf der einen Seite Okuda als Starting Cornerback, jetzt las Lasseter mal einer der Rookie-Cornerbacks sein, die es schaffen, sofort einen Impact zu haben, was wir ja schon oft gesehen haben und was an dem Spot auch nicht unglaublich ist. und ich wäre, boah, die haben schon echt ein Bomben-Team. Also ich bin richtig, richtig gespannt auf die Houston Texans. Ich glaube, das wird ein Must-Watch-Team. Die Houston Texans sind auf jeden Fall für jedes schlechte Team unten oder für jeden GM und jeden Coach so das Unheil der letzten zehn Jahre oder letzten 20 Jahre, weil diese Ausrede halt eigentlich nicht mehr gelten kann, von wegen für den Rebill brauchst du fünf, sechs Jahre oder so. Sondern es ist einfach so, es funktioniert besser, wenn du mit dem Quarterback triffst. Ja. 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 Vielen Dank.